Hallo liebe Düsseldorferinnen und Düsseldorfer, Weihnachtsgeschenke stehen an. Irgendwie habe ich dieses Jahr gar keine Stimmung dazu. Und trotzdem, ich finde es wichtig, dass wir uns gegenseitig beschenken. Und wenn es dann noch so tolles Geschenkpapier gibt, was will ich mehr? Die katholische Kirche Düsseldorf hat nämlich Düsseldorfer Geschenkpapier herstellen lassen. Wie ich finde, in einer tollen Art und Weise, als Wimmelbild. Und wäre das nicht auch etwas für Sie, als Verpackung für die Geschenke? Ein Bogen kostet einen Euro. Sie können hier im Max-Haus oder auch über das Internet dieses bestellen. Kommen Sie vorbei und lernen Sie das Papier kennen und kaufen Sie es auch. Wie gesagt, Weihnachten ist bald. In diesem Sinne, trotz Corona, gute Vorbereitungen auf das Weihnachtsfest. Alles Gute, Ihr Frank-Heidkamp, Stadtdechant in Düsseldorf. Schön zusammen. the 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017